Unter meinem letzten Video, welches ich diesen Sonntag veröffentlicht habe und in welchem ich gesagt habe, dass wir in einer Gesellschaft leben, in welcher wir von vorne bis hinten belogen werden und uns teilweise auch selbst belügen und uns mit dieser Lüge sogar wohlfühlen, wurde angemerkt, dass dies natürlich auch in besonderem Maße auf Menschen mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung zutrifft. Und da muss ich sagen, ja, das ist in der Tat so. Das ist sogar so sehr der Fall, dass es im Hinblick auf die Borderline-Persönlichkeitsstörung und dieses belügende Umfeld sogar einen eigenen Fachbegriff gibt. Ja, und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, über dieses Thema noch einmal gesondert zu sprechen. Ja, Menschen mit Borderline kommen häufig aus einem Umfeld, in welchem sie umfassend belogen wurden. Der Fachbegriff, der hierfür geprägt wurde, ist die sogenannte invalidierende Umgebung. Und in der Psychologie ist bekannt, dass diese invalidierende Umgebung die Herausbildung von Persönlichkeitsstörungen, insbesondere der Borderline-Persönlichkeitsstörung, begünstigen kann. Invalidierende Umgebung bedeutet, dass den Menschen mit Borderline, beziehungsweise den Kindern, welche später im Laufe ihres Lebens eine Borderline-Störung entwickeln, schon von Anfang an, meistens schon durch die eigenen Eltern, sozusagen ein A für ein U vorgemacht wurde. Dass Menschen mit Borderline bestimmte Wahrnehmungen hatten und diese Wahrnehmungen gegenüber ihren Bezugspersonen sogar geäußert haben und diese Bezugspersonen dann angefangen haben, den jungen Menschen mit Borderline, beziehungsweise späterem Borderline, diese Wahrnehmungen auszureden. Ein typisches Beispiel könnte sein, dass die Kinder mit späterem Borderline in einem Elternhaus groß werden, in welchem der Vater trinkt oder die Mutter den Vater regelmäßig betrügt und deswegen die Eltern der Kinder mit künftigen Borderline sich regelmäßig streiten. Und dann kommt vielleicht das Kind mit künftigen Borderline zu Mutter oder Vater und sagt, Hey du, ich bin traurig, denn ich nehme wahr, dass ihr beide euch ständig streitet. Ich nehme wahr, dass mein Vater häufig nicht für mich emotional verfügbar ist, weil er trinkt. Oder ich nehme wahr, dass du meinen Vater, liebe Mutter, betrügst. Und dann würden oder könnten die Eltern zum Beispiel sagen, Nein, nein, Kind, das, was du meinst, dort wahrzunehmen, das glaubst du zwar, dass es so ist, aber in Wahrheit ist das ganz anders. Ich bin dein Vater oder ich bin deine Mutter und ich kenne dich am besten und ich sage dir, du bist gar nicht traurig und auch deine Wahrnehmung, deine Meinung, dass zwischen Vater und mir oder zwischen Mutter und mir irgendetwas nicht stimmt, irgendetwas nicht rund läuft, ist vollkommen falsch. Ich sage dir, das, was du da empfindest, ist gar keine Trauer. Du bist lediglich müde. Du hattest ja auch einen anstrengenden Tag. Leg dich mal ins Bett, geh mal auf dein Zimmer, schlaf dich mal kräftig aus und du wirst sehen, morgen am nächsten Tag sieht die Welt bzw. die Wahrheit schon ganz anders aus. Ja, das ist diese Invalidierung seitens der Eltern oder vergleichbarer Bezugspersonen, dass also Menschen mit Borderline bestimmte Wahrnehmungen haben, diese Wahrnehmungen äußern und diese Wahrnehmungen dann auch von den Bezugspersonen, Bezugspersonen ausgeredet, umgedeutet werden, den Kindern mit oder mit künftigem Borderline eben sozusagen eine alternative Realität angeboten und aufoktroyiert wird. Ja, und das macht natürlich ganz, ganz viel mit den Kindern und künftigen Borderlinern. Zum Beispiel, dass sie ihren eigenen Wahrnehmungen nicht mehr trauen, dass diese Kinder sich fragen, hey, ich habe doch immer den Eindruck, dieses oder jenes wahrzunehmen oder zu fühlen und mir wird signalisiert, das ist gar nicht so. Also scheint ja mit mir etwas falsch zu sein. Nicht mit meinem Umfeld, ja, denn für Kinder ist es natürlich sehr schwer zu erkennen und auch zu fixieren, dass das Umfeld permanent lügt, wenn man etwas anderes wiedergespiegelt bekommt. Nein, das führt dazu, dass diese Kinder sich selber mehr und mehr vertrauen und somit dann, weil sie ja schon häufig von frühester Zeit an belogen werden, in ein Umfeld der Lüge, in eine gelogene, verlogene Realität hineinwachsen. Und das ist jetzt ganz, ganz entscheidend im Hinblick auf alles, was ich in diesem Video sage und das ist auch der Link zu dem Video, welches ich am Sonntag veröffentlicht habe. Ein Video, in dem es darum ging, dass wir Menschen nicht nur von Anfang an durch unser Umfeld, durch die Gesellschaft auf mannigfaltige Art und Weise belogen werden, nein, sondern dass wir mit dieser Lüge uns sogar wohlfühlen. Wir fühlen uns mit der Lüge wohl, weil, das ist jetzt ganz wichtig, diese Lüge uns vertraut vorkommt. Belogen, beschwindelt, betuppt zu werden, das kennen wir praktisch seit unserer Geburt an und weil wir es von Geburt an kennen, fühlen wir uns mit der Lüge vertraut. Das ist das, was wir erwarten. Und das, was wir erwarten, gibt uns Sicherheit. Die Lüge gibt uns Sicherheit und deswegen fühlen wir uns als Menschen, und damit meine ich nicht nur Menschen mit Borderline, aber eben Menschen mit Borderline auch in gesteigertem Maße, mit der Lüge sogar wohl. Ja, das ist natürlich auch, genauso wie ich es am Sonntag gesagt habe, bei Menschen mit Borderline der Fall und ist in gesteigertem Maße der Fall, weil Menschen mit Borderline in der Entwicklungsgeschichte ihrer Störung ja häufig aus einem grob dysfunktionalen Elternhaus kommen, wo grob gelogen wird und wo nicht nur so ein bisschen geschwindelt wird, wie ich es am Sonntag in meinem Video gesagt habe, wo nicht nur vom Weihnachtsmann erzählt wird, ja, wo nicht nur Werbefernsehen geschaut wird, wo die immer gleichen unrealistischen Werbeversprechen gemacht werden und wo nicht Mutter oder Vater vielleicht mal die ein oder andere unglaubwürdige Geschichte erflunkert, an die Mutter oder Vater vielleicht sogar selber glaubt. Nein, Menschen mit Borderline werden ja häufig durch ihre Bezugspersonen sogar grob belogen, im Hinblick auf wichtige Wahrnehmungen, zum Beispiel, dass sich Mutter und Vater permanent streiten und die Beziehung der Eltern marode ist. Ja, die Menschen mit Borderline fühlen sich auch in der Folge mit der Lüge sehr, sehr wohl. Menschen mit Borderline fürchten teilweise sogar mehr, dass die Lüge, die sie sich künftig selber errichtet haben, weil sie eben versuchen, in der Komfortzone zu verbleiben und weil sie das weiterleben wollen, mit dem sie groß geworden sind, das ist keine moralische Kritik übrigens an dieser Stelle von mir, das ist einfach eine Feststellung eines Ist-Zustandes bei oder für viele Menschen mit Borderline. Ja, Menschen mit Borderline fürchten teilweise sogar mehr, dass dieses vertraute Umfeld der Lüge auffliegt und die Wahrheit ans Licht kommt, als dass die Lüge permanent fortbesteht. Und das ist natürlich auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor, warum die Borderline-Persönlichkeitsstörung Bestand hat und warum Menschen mit Borderline gegenüber Therapie teilweise so unglaublich resistent sind. Weil Menschen mit Borderline ja einen regelrechten Therapieunwillen auf einer tieferen Ebene ihres Seins haben können, weil sie eben ja fürchten, dass die Wahrheit ans Licht kommt und dazu gehört natürlich auch, dass sie überhaupt eine Borderline-Persönlichkeitsstörung haben. Ja, Menschen mit Borderline haben teilweise an ihren Therapeuten sogar die Erwartung, dass diese Therapeuten ihnen dabei helfen, die Lüge aufrecht zu erhalten. Menschen mit Borderline haben auch eine Tendenz vor sich selber und den inneren Wahrheiten davonzulaufen. Menschen mit Borderline gehen häufig Beziehungen ein zu Liebes- und Sexualpartnern, von denen sie wissen, hey, da ist jemand, der tut mir eigentlich nicht gut oder da ist jemand, der mich betrügt, da ist jemand, mit dem ich eigentlich nicht zusammen sein sollte. Aber ich fürchte diese Wahrheit viel mehr, weil ich zudem eine grobe Angst davor habe, im Leben alleine zu sein. Dass ich die Lüge, die vertraute Lüge, die schon seit der Kinderzeit an in mir installiert wurde, von der meine eigenen Eltern mir sozusagen beigebracht haben, dass die Lüge zu leben eine wunderbare Option ist, durchs Leben zu kommen, ja, ich ziehe die Lüge dann doch vor. Jetzt werden viele der Leute, die dieses Video schauen, vielleicht sagen, wie kann man denn so drauf sein, ja, dann tatsächlich im wertenden Sinne. Über Menschen mit Borderline wird ja häufig gewertet, durch Angehörige insbesondere. Aber wie gesagt, das Werten über Menschen mit Borderline ist nicht das, was ich in diesem Video praktiziere oder praktizieren möchte. Ich stelle einfach nur den Ist-Zustand fest, damit Menschen mit Borderline, die natürlich auch eigenverantwortlich dieses Video hier schauen, eben aus dieser Feststellung des Ist-Zustandes einen Nutzen hoffentlich ziehen können. Jetzt werden viele vielleicht sagen, ja, warum machen Menschen mit Borderline denn das? Warum ziehen denn Menschen mit Borderline die Lüge vor? Haben denn Menschen mit Borderline nicht zumindest auf einem bestimmten Punkt, wo die Lüge offensichtlich groß genug, dysfunktional genug wird, ein Wahrheitsbedürfnis? Hey Tom, hey lieber Mann im Video. Ich kann es ja verstehen, dass wie du am Sonntag gesagt hast, alle Menschen in der Gesellschaft sich mit der Lüge, weil sie die Lüge vertraut finden, irgendwo wohlfühlen. Aber letztlich kommt doch für die meisten Menschen irgendwann der Punkt, wo sie sagen, nein, jetzt ist meine Toleranz vor die Lüge zu groß, weil auch die Lüge als solches zu groß geworden ist. Und jetzt möchte ich doch die Wahrheit. Ja, im Hinblick auf Menschen mit Borderline ist das teilweise anders. Menschen mit Borderline haben häufig eine viel größere Toleranz, auch großen Lebenslügen gegenüber, Beziehungslügen, Lügen gegenüber der Familiensituation, der partnerschaftlichen Situation, den diversen maroden Lebensentwürfen und auch der Borderline-Persönlichkeitsstörung selbst gegenüber, weil sie ja, und das ist ganz wichtig, selbst wenn sie in ihrer Vergangenheit, in ihrem sogenannten invalidierenden Umfeld diese Lügen aktiv versucht haben aufzudecken, schon als Kinder, spätestens als Jugendliche, überhaupt keine Alternative angeboten haben, bekommen haben. Das ist ganz wichtig. Eventuell wurde sogar das Ansprechen der Wahrheit nicht belohnt. Es kam dann nicht zu einem aufklärenden Gespräch, wo die verschleiernden Gewitterwolken der Lüge sich verziehen und die strahlende Wahrheit am vierm Moment dann doch irgendwie zum Vorschein kommt. Nein, Menschen mit Borderline wurden für das Ansprechen der Wahrheit sogar bestraft und haben deswegen schon alleine eine Furcht vor Sanktionen aus dem Umfeld entwickelt. Zum Beispiel, noch einmal, wenn der Vater viel Alkohol konsumiert hat und wenn der Vater darauf angesprochen wurde, hey Vater, hey Papa, hey Dad, du trinkst ständig und wenn du trinkst, bist du schlecht drauf, dann hast du keine Zeit mehr für mich, trink doch bitte weniger, dass der Vater dann auf das Ansprechen dieser Wahrheit vielleicht sogar aggressiv reagiert und dann das Kind auf viele, viele erdenkliche Art und Weisen sanktionieren konnte. Ja, das heißt also, Menschen mit Borderline durch das Großwerden in einem invalidierenden, grob dysfunktionalen, lügenden Umfeld fühlen sich nicht nur mit, in einem, sag ich mal, für nicht Borderliner üblichem Umfang mit der Lüge aufgrund der Vertrautheit wohl, nein, sie fürchten sogar aktiv die Wahrheit, weil die Wahrheit für sie massive Schmerzen bedeutet hat, aktive Sanktionierung und, das ist auch ganz wichtig zu verstehen, da ja häufig die Bezugspersonen, das heißt die Eltern und andere vergleichbare Personen, familiäres Umfeld, Kindergarten, Lehrer etc. pp. dann bei der Aufklärung der Situation nicht mitgeholfen haben, hat man den Kindern zur Lüge ja auch häufig keine Alternative angeboten. Ja, deswegen hinkt auch so ein bisschen der Vergleich bei Menschen mit Borderline zu der üblichen Lüge, zum Beispiel, dass es den Weihnachtsmann gibt. Wenn irgendwann rauskommt oder wenn erzählt wird, dass es den Weihnachtsmann doch nicht gibt, da bekommen dann ja diese Kinder eine Alternative, eine Tröstung, eine Heilung, dass gesagt wird, ja, das ist so eine Story, die erzählt man Kindern, aber es ist ganz anders und es tut uns so leid, dass dieser kindliche, naive Glaube jetzt für dich zerstört wurde, aber ja, das ist so ein Märchen und in unserer Gesellschaft macht man das so und so, aber hey, wir werden dafür sorgen, dass trotzdem immer am 24., 25. eine tolle Zeit ist, auch wenn jetzt rauskommt, dass es den Weihnachtsmann nicht gibt und so weiter und so fort. Was wurde Menschen mit Borderline häufig als Alternative zur Lüge angeboten? Nichts, ja, im besten Fall nichts, im schlimmsten Fall sogar Sanktionierung, die Kinder, die Jugendlichen wurden im Stich gelassen, sie wurden in die, sie sind in die Leere gefallen, wenn die Lüge aufgelöst wurde, hat das für sie vielleicht keine Tröstung gegeben, hat Sanktionen eventuell gegeben, ja, und deswegen haben Menschen mit Borderline natürlich eine erhöhte Tendenz und eine erhöhte Furcht vor der Wahrheit und sind dazu geneigt, die Lüge weiter zu praktizieren, sich selber zu belügen, die dysfunktionalen Beziehungen, sich immer weiter schön zu reden und vielleicht sogar diese vertraut lügenden, vertraut invalidierenden Beziehungen aktiv aufzusuchen. Ja, last but not least, in diesem Video. Natürlich ist insbesondere für die Jugendlichen und Erwachsenen, wenn die Borderline-Persönlichkeitsstörung schon besteht, dieses Aufrechterhalten der Lüge keine Alternative, das funktioniert einfach nicht. Es ist schon ein Unterschied, die Lüge dahingehend zu leben, dass man sich gegenseitig vielleicht an der Theke, in der Kneipe tolle Geschichten erzählt, was man nicht alles so gerissen hätte im Leben, was der Chef einen nicht gelobt hätte oder Werbefernsehen, wo man dann doch irgendwo auch weiß, dass hier natürlich fantastische Versprechen gemacht werden und wo man auch keinen Kaufzwang hat. Ja, und eben eine Borderline-Störung zu haben und auch vor dieser Erkenntnis immer weiter vorzulaufen, in massive Missbrauchsbeziehungen zu gehen und natürlich dann entsprechend auch Leid zu erfahren. Auch die Borderline-Störung, wenn sie nicht therapiert wird, wenn man vor der Wahrheit, dass man eventuell diese Erkrankung hat, immer wieder davonläuft, das nicht wissen und hören möchte, ja, das führt ja natürlich zu Leid, denn ohne Leid könnte oder dürfte ja diese Störung gar nicht diagnostiziert werden. Das heißt, hier ist der Schwellenwert überschritten, wo das die kleine Flunkelei des Alltags, wie gesagt, ich beziehe mich hier auf alles, was ich am Sonntag in meinem Sonntagsvideo gesagt habe, wo es überhaupt nicht mehr funktional ist, wo es überhaupt nicht mehr hilfreich ist, wo das Aufrechterhalten der Lügen und der teilweise sogar großen Lügen mit noch mehr Leid und Problemen und dysfunktionalen Lebensverläufen vergesellschaftet ist. Und deswegen ist es wichtig, dass Menschen mit Borderline die schmerzhafte Wahrheit lernen anzunehmen, damit sie ihre Lebensprobleme angehen und bearbeiten können und damit sie auch ihre Borderline-Störung angehen können. Ja, im Idealfall zusammen mit einem Therapeuten, der sich auch auskennt im Bereich Borderline. Ich sage das nur in der Vollständigkeit zum Ende dieses Videos. Ich weiß, Therapieplätze sind rar. Ich weiß, die Wartelisten sind sehr, sehr lang für eine Therapie. Ja, und ich weiß, dass nur weil man irgendeinen Therapeuten hat, was auch noch nicht heißt, dass es ein guter Therapeut ist, noch, dass dieser Therapeut selbst, wenn er gut ist, einem bei seinen spezifischen Lebensproblemen weiterhelfen kann oder auch nur die Chemie stimmt. Ich weiß das alles. Ich weiß, dass es zynisch wirkt, diese Empfehlungen im Jahr 2024 überhaupt noch zu machen, einen Therapeuten aufzusuchen. Aber es ist natürlich so, wenn man die Möglichkeit hat, eine Therapie in Anspruch zu nehmen, die einem auch hilft, sollte man das tun. Das möchte ich einfach der Vollständigkeit halber in diesem Video sagen, denn ein Therapeut kann einen natürlich auch stabilisieren in den schwierigen, emotional anstrengenden Lebensphasen, gerade wenn die Lüge aufgedeckt wird, wenn man sich dazu entschließt, nicht länger als Mensch mit Borderline in der Lüge zu leben. Da kann ein Therapeut helfen und ein Therapeut kann natürlich auch helfen und stabilisieren überhaupt Lügen, Lebenslügen, sage ich einmal, aufzudecken. Okay, das ist ganz wichtig. Wenn ihr also die Möglichkeit habt, einen Therapeuten zu bekommen, mit dem zusammenzuarbeiten, der euch auch wirklich weiterhilft, ja, dann meine Empfehlung, solltet ihr das tun. Ansonsten hoffe ich euch mit diesem Video einfach ein bisschen inspiriert, weitergeholfen, informiert zu haben. Schaut euch natürlich gerne auch mein Video vom letzten Sonntag an, wo es um die allgemeinen Lügen, die sich in der Gesellschaft hier für alle Menschen, die sich alle Menschen erzählen, ja, die Storys vom Weihnachtsmann, das Werbefernsehen mit den überzogenen Versprechungen, die fantastischen Geschichten, die sich Nachbarn oder Freunde oder Arbeitskollegen an der Kneipentheke so erzählen, wenn sie leicht einen im Kahn haben oder die unser Vater oder unsere Mutter uns im sozusagen funktionalen Maße zusammen spinnen, was sie nicht früher alles getan hätten. Ja, schaut euch dieses Video auch gerne an. Ich habe sehr positives Feedback für das Video am Sonntag bekommen. Ja, und wenn euch solche Videos generell interessieren, auch zur Borderline-Störung, abonniert gerne diesen Kanal. Jede Woche kommt hier mindestens ein neues Video zur Borderline-Persönlichkeitsstörung online. Und wenn ihr mich und dieses ganze YouTube-Projekt unterstützen möchtet, ja, werdet von Herzen gerne auch Kanalmitglied. Ich bedanke mich fürs Zusehen und für die wohlwollende Aufnahme dieses Videos. Haltet wie immer die Ohren steif. Ich denke doch, wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Tom.